Weiter shoppen, immer weiter shoppen, einfach weiter shoppen. Boah, ihr seid ja hässlich. Nehmt doch mal ein Beispiel an der hübschen hier. Ne, Mama. Mach doch mal ein Foto mit deinem Kind hier. Sollst du ein Foto mit deinem Kind machen? Schmeiß weg, kauf neu, weiter shoppen hier. Neu kaufen. Da drinne gibt es Nintendo. Ich habe erst drei. Mach mal ein Foto mit deiner Mutter. Wo ist die Da, beim Gold. Gold-Zombie. Hallo. De Komme. Oh, halloween device. Come on, it's cold. Come on, it's cold. Come on, it's cold. Oh, it's cold. Oh, it's cold. Don't walk away. Das war's für heute. Gibt es dann hier auch einen Zombie-Börder? Ja, ich bin hier auch ein Zombie-Börder. Ich bin hier noch ein Zombie-Börder. Ich bin hier noch ein Zombie-Börder. Shoppen macht schön! Ich muss euch doch mal hier! Shoppen macht schön, junge Frau! Wir haben doch heute keinen Landtag, die sind doch doch selber auf Shoppen! Die sind aber schön gestorben, Mann! Ich hab nicht von Schuhe! Ich hab noch mehr Schuhe! 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 Ich will Nintendo haben! Ich hab S3! Schau die Frau nicht scheiße aus! Schuhe! Und ein Foto von deiner Mutter! Ihr seht ja noch genauso aus wie vorhin. Das ist ja so schön. Sagen die Frauen nicht scheiße aus. Nicht so wie ich. Ich bin doch deinem Unser. Hier sind die billigen Preise. Hier sieht man die Löhne nicht. Die Frau sieht scheiße aus, ne? Siehst du, von mir sagt nie einer, ich sehe scheiße aus. Immer nur du. Du bist schön, ja? Ja, aber hallo. Mach doch mal ein Foto von deiner Mutter. Hier ein Foto mit deiner Mutter, nur 5 Euro. Die Frau sieht scheiße aus, ne? Verkauft. Haben wir verkauft. Haben wir verkauft. Sieht die nicht scheiße aus? Wo ist die Annabelle? Ich weiß das nicht. Die steht bei A und Ebene an der Küche. Ajo, muss ich mal. Gut, ich sage mir schon Bescheid. Hört sie mich? Hört sie mich? Hört sie mich. Hört sie mich. Puh, ich glaube, der kriegt Darm. Hört sie mich. Wir sind einfach nicht Fotogie, nur die Annabelle. Wer weiß, was das Schlimme ist, das sind die ganzen Jugendlichen. Ich habe ja immer so große Tochter und ich glaube, oben am Limbecker, da waren ja die von meiner großen Tochter, die haben ja Fotos gemacht, die gehen jetzt alle bei Facebook gehen. Die bringen mich zu Hause rum. Das siehst du. Ich bin tatsächlich tot. Ich bin wirklich tot. Ja. Ich bin wirklich tot. Ist das deine Mutter? Das ist mein Vater. Ich bin dein Vater. Lüge dich. Ich bin wirklich tot. Hier mach mal ein Foto mit deiner Mutter. Fünf Euro nur. Schopfen. Ich bin wirklich tot. Ich bin wirklich tot. Ich bin 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 tot. Und jetzt noch ein Foto mit deiner Mutter. Nur 5 Euro. Wer hat es? Was auch? Ja. Sah die Frau nicht scheiße aus? Schau die Frau nicht scheiße aus? Ja. Schau die Frau nicht scheiße aus? Schau. 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 Guck mal mal! Übrigens, wir sind 25. Mach doch mal ein Foto mit deiner Mutter. Nur 5 Euro. Oh, oh. Oh, oh. Mutter, geh! Was hat deine Mutter? Hier, weiter shoppen. Oh, sahen die nicht scheiße aus, die Weiber? War das deine Mutter? Ja. Nee. Bestimmt nicht. Ja. 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 Aber hallo. War das deine Mutter oder was? Ja. 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 Ich brauche neun Nintendo, ich habe erst drei. Mama, Mama kauft mir Nintendo. Mama, die Leute sagen alle, du siehst scheiße aus. Die Leute sagen alle, du siehst scheiße aus. Für mehr! Sehen die Weiber nicht scheiße aus? Nicht so wie ich. War das deine Mutter? War das nicht? Untertitelung des ZDF, 2020 Sagen die Weiber nicht scheiße aus? Ehrlich, nicht so gut wie ich. 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 Wer war denn deine Mutter da vorn? Die da? Deine Mutter? Vater, komm, einkaufe! Schrauben! 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 Lasst uns singen, lasst uns singen. Sahen die Weiber nicht scheiße aus? Sahen die Weiber nicht scheiße aus? Ah doch. Welches davon war denn deine Mutter? Alle drei, das ist komisch. Achso, okay. Tschüss. Viel Spaß beim Shoppen. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank. Vielen Dank. Da ist die Mama. Mama kommt hier für. Zahnen Sie die Scheiße aus, Survivor? Ja, ob sie die Scheiße aussahen. Ehrlich? Wovon war denn deine Mutter? Beine. Mama! Siehste, das ist extra gemacht. Schöne Weihnachten. Schöne Weihnachten. Sah die nicht scheiße aus, die Frau? Ja, klasse, übsch. Tütüt! Ja! Tütüt! Tag! Hörn! Innen, wenn... Von Marseille. Ja. Ja! Von Marseille. Alle! Die muss doch so weiter, damit die Tochter sie wiederfindet. Ihr kennt sie doch sonst nicht. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Tschüss Mama! Tschüss Papa, ich geh weiter shoppen. Es ist kein Halloween. Es ist Weihnachten. Shoppen macht schön. Es ist eine Weihnachtsmann. Lass mich schon mal draufstellen. Tschüss. Ich bin jetzt einfach noch in die Romanen. Tja, wir schauen mal an. Es gibt ein paar Sachen. Das ist auch so die Architektur, ne? Und dann da zwischen der Baum. Das sah die nicht scheiße aus. Das ist auch so die Architektur. Die Frau meint Schoppen macht schön. Das ist auch so die Architektur. Das ist auch so die Architektur. Das ist auch die Architektur. Das ist auch die Architektur. Das ist auch die Architektur. Reicht doch. Gut. Immer weiter shoppen. Das ist auch die Architektur. Können wir den mitnehmen? Ja. Dann lieber bis da und ich trinke ihn da.